Tja, jetzt hab ich dich ja mal wieder... Und wie lang? Ähm... Muss ich da drauf? Nein! Runter! Was zum... Hä? Wie hat Aris das denn... Du bist nicht auf diesen Huppel geflogen, wov? Was war das denn? Woah! Was zum geiler, was ist das denn? Oh! Bin auf der Kante gelandet! Ich hab keinen Plan, wo ich lang muss, ey! Ich hab null Ahnung! Davon ne ganze Menge! Fahr! Gut! Ich hab einen Fehler gemacht, das ist gut! Ja! Macht alle Fehler, bitte! Okay! Wie denn noch? Genügend! Ah... Boah, meine Geburt nicht schon Fehler genug! Hahaha! Wie er sich einfach... Ah! Ja! 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 Ich hab nicht den publishers gesehen! Ja! Gamer angeblich der dickste Jump, den es in GTA gibt. Und ich weiß nicht, ob der Mann da vielleicht recht haben könnte. Hallo, ist ein Punkt-to-Punkt-Rennen? Nein! Nice! Wie leide, Mann! Ey, du bist so ein Fick noch! Ey, unglaublich! Wir haben ein Date. Nur wir zwei. Er fährt voll chillig dran vorbei. In Jukdas gar nicht. Er ist noch am Rutschen. Und reißt Aris mit in den Torn. Er ist kalt, anstatt dass du respawnst, Mann! Ficker, ehrlich. Voll überfordert. Ja, du warst überfordert! Oh, nein. Fuck. Wenn du vor dem Schmutz noch von deinem Lama stehst, sagst du dann auch, bist du überfordert? Hey! Unglaublicher Typ, ey. Anstatt dass der respawnt, nein! Null! Jetzt seid ihr weg! Hast du keinen Angststund? Genau! Ja, scheiß Satira, fuck you! Ja. GG! Und die feiert das Ganze wieder. Ja, ihr beiden profitiert ja wieder davon. Ja, natürlich! Jetzt bist du wieder hinter mir. Ab nach hinten! Hau ab! Hau nach hinten! Ja, weg! Ist zu nah dran! Das ist zu nah dran! Scheiße, Mann! Das ist zu nah dran! Ich kann so nicht gewinnen! Ja, ist so. Ja, kann ich auch so nicht mehr erwähnen! Der Acerol fährt voll schön... Ich heiße nicht Acerol! Sag mal den Namen richtig! Nein! Ich nenne dich Acerol, das ist viel geiler! Das hatten wir schon mal! Ja! Das Thema! Bin weg, ne? Turboschinken und so! Ja, Turboschinken! Wie hieß der nochmal? Ähm... Evil! Ja, Evil! Ja genau, Evil! Wie heiß ich? Ja! Evil! 150 Mal! Bum, bum, bum! Das war zu geil! Boah! Hui! Wow! Die Turline decken die Turline-Stacken! Ohne Flakse! Du hast direkt, ja? Ohne Wazen-Girre-La-Musica, deine Parole! Wer ist eigentlich Erster? Ja! Ich? Du, hast du den Sprunggrad geschürft direkt? Ja, aber ich knall voll gegen die Röhre! Alter, da guck ich in die Röhre! Ja, verkackt man ein bisschen! Ja! Ja, Mauti hat mich schon... ...abgefrischt, so! Alter! Also die Map ist ganz geil, aber... ...außer dem Jump hat er jetzt nicht so viel, ne? Hm. Er geht hier auch auf die dickste Stunt-Rampe GTA. Boah! Naja... Hä? Ist auch leider auf die Röhre! Er ist ein Schlapper! Ich glaube, ich habe in einer meiner Maps eine Rampe gebaut, die ist größer als die. Boah, ist das eklig gebaut, Alter! Pff! Welcher Penner war das?! Irgendeine Fotze hat mich gerade über die Bahn geschmissen! Ja, welcher Schelm?! Höh?! Alles klar, GTA spackt rum! Danke, GTA! Tschüss, Lutsche! Lappen! GTA, Alter! Jetzt reicht's hier! Mach's ihm nochmal Kanten rein, Alter! Ich schwör's dir! Dann bin ich raus hier! Ich kann nicht mal jetzt geradeaus fahren, ohne dass ne Kante kommen! Du musst auf W drücken, wenn du mit Tastatur spielst! Behindert! Ich hasse sowas bei GTA! Ja! Mountie ist wieder im Element! Ja! Irgendwann wollen wir... Ja! So! Er ist schon wieder gewonnen, ey! Der achte wohl! Der ist so cool! Warte! Ich schreib, wenn wir hier fertig sind, zu den kleinen Wichsern mal ne schöne Mail! Kindle... Dass die kleinen Judenficker sich mal anspielen sollen, um... Oh-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho... How wassonian? Ist ne Aufnahme, übertreib mal nicht gleich! Neeh, geht mir schon... Das sag ich selbst wann Aufnahme... Wie dumm kann man sagen! Das... man muss doch ordentlich programmieren! Wir Deutschen haben eine Vergangenheit mit dem Judischen... Äh, Judischen... Jüdischen Volk. Ja, dadurch dass ich aber nicht... Ja, es ist jetzt auch Wurst! Was darf ich sagen, Harry? Oh, da rollt ein Ball Wenn du das hingehst Einfach geradeaus durch Oh nein, nicht schon wieder Kontakt an, aber tschüss, ich bin weg Ja, Windschatten, ihr kriegt Windschatte Was hier richtig böse ist Oh, umgepart! Boah! Boah! Naja, okay, Asus ist raus Ja, ja, ja Hallo, Evo! Hallo, Mister! Oh, 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 nein! Hallo, hallo, hallo Hallo, fahrzehren Sie sich! Der erste Platz hat aber auch so seine Schwierigkeiten mit der Map hier so ein bisschen Man muss sich ja auch erstmal eingerufen Ist das Punkt zu Punkt? Weiß ich jetzt gar nicht Alter! Nein, Runde Oh, nice Oh, shit, oh, shit Oh, Alter! Boah, zieh dich doch mal! Was? Boah, ich muss doch erstmal lenken, Chilma Das ist doch nicht wahr Ich setz doch nicht zurück, obwohl der Punkt bei der Nase ist Doch! Nee Doch! Nee, nee Aber das ist ein geiler Stunt gerade gewesen Gefällt mir Jaja, war mega Ja, Mann Außer, dass ich es nicht geschafft habe, weil ich bremsen musste Ja! Weil ich zu nah am ersten klebte Nee, das liegt nicht daran, dass du zu nah am ersten warst Das liegt daran, du hast keinen Skill Oh doch, den habe ich, pass auf, ich komm wieder, ne? Ja, ja Wacher wurde letzter Oh, vom letzten bin ich auch schon weiter Ich sehe mich doch schon wieder, ich sehe deine Rücklichter, mein Freund Sind gar nicht alle Wollt ihr mich verarschen? Ja Ja Oh ja, da kriegt er einen Harten Oh ja Oh, 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 oh mein Gott, oh mein Gott, oh ist das, ist das geil! Was war das denn? Alter Es sah so aus, als wäre ich ihm hinten reingefahren Wem? Äh, den zweiten, ich weiß nicht wer das war, den Namen habe ich nicht gesehen Ey, ja gut, ich habe den Namen trotzdem nicht gesehen Ähm, bei mir sah es aus, als wäre ich ihn reingefahren Mein Auto wurde auch langsam und auf einmal war er voll weit vorne Leute, die Map ist geil, die gefällt mir Ja, hab ich heute mal Zucker rausgesucht, wa? Ja, Mann Findet ihr auch, wie gehabt, unten in der Videobeschreibung, Leute Zockt die Map Wenn ihr selber auch Maps baut, kein Problem, unten in die Kommentare schreiben Zockt mal gerne mal, warum nicht? Nicht in die Videobeschreibung? Nein Das war ein kleiner Versprecher, jetzt heul mal leise, chatal Ey, wer war denn da so schnell auf einmal? Sorry, aber du bist gestanden Naja, ich war am Fahren Nee Wenn man nicht fährt, steht man in der Regel Nein, ich war noch am Fahren Ich bin gerade erst auf die Rampen drauf gefahren Ich will keine Ausflucht oder keine Ausreden, das ist eine Tatsache Entstande Ich will dir kein Leid zufügen und nichts Böses Ich wünsche dir nur alles Gute in der Welt, aber wenn du nicht wärst, stehst du Und wenn ich von hinten komme, dann bist du halt geboost Ist er noch da? Ja Hat sich so angehört, als ob gerade ein Head-Sack-Kabel gezogen wurde oder so Scheiß drauf Ich bin da Einmal Oh Monty Ich bin auf die Fresse Ich lebe noch, lass mich mal konzentrieren hier, hallo Mute ist nicht immer, man hörte mal knack, knack Klappen Ja Hahahaha Jetzt ist er am Tryhard-Modus, erster wirst du eh nicht mehr, schieb dir das an den Backen, alter Oh yeah, es macht Bock, Alter, wieviel Runden? Arvis, kleiner Tipp, wenn du lange F drückst, dann wirst du schneller. Ja, kleiner Tipp, leck mich am Arsch. Ach, du wirst nicht Zauber, du wirst nicht Zockt. Ich kenn auch nen ultimativen Teleport-Dead, einfach Alt-F4. Alt-F4, ja, ja, aber dann kriegt man noch 60 Millionen und das merkt Bockstar meistens. Äh, das ist doof. By the way, ich bin erster, Ron. GG, Aris, das war Zuckaar. Weiter! Ach, Mountie, wo ist er? Nein, Mountie ist nicht letzter. Schade. Ich bin letzter, wie immer. Scheiße. Ich weiß noch mal keine Aufgabe. Nicht in dieser Aufnahmesession. Kannst ja abschminken. Ich freu mich ja dafür, dass ich letzte Fahrer hatte. Ach, ja. Die Letzten werden irgendwann auch mal die Ersten sein. Von 0 bis Super Saiyajun, wie sauer bist du jetzt? Wollen wir noch ne dritte ranhängen? Die Folge war recht kurz, oder? Ach, komm. Kann man machen? Ja, komm, hängen wir noch eine dran. Wir sehen uns gleich zur dritten Folge. Äh, zum dritten Rennen. Bis gleich. Jo, meine lieben Freunde. Wir sind zurück zum dritten und letzten Met des heutigen Tages. Ist zu geil, ist leider nicht in der Aufnahme. Aber man sieht ja, wie man da so steht und zwei standen halt nicht in der Luft. Die sind einfach abgeschmiert. So genial. Alle abgeschmiert, bis auf meinen Charakter. Bei mir stand nur ich und du. Ja. Ja. Zwei sind nur abgeschmiert. Egal. Ist ne Map vom guten Hitogamer. Ja, der baut eigentlich mal interessante Geräte, sag ich mal. Der Gerät ist äußerst interessant. Boah, der Italy ist hier... Lol, wie der Italy einfach schneller ist, als der T20 runter. Tja, jetzt hab ich dich ja mal wieder. Oh, wie lang? Ähm, muss ich da drauf? Nein. So, runter. Was zum? Hä? Wie hat Aris das denn... Du bist nicht auf diesen Huppel geflogen, was? Was war das denn? Boah! Was zum Geier, was ist das denn? Boah. Ich bin auf der Kante gelandet. Ich hab keinen Plan, wo ich lang muss, ey. Ich hab null Ahnung. Davon ne ganze Menge. FAAAAR! Gut. Ich hab nen Fehler gemacht, alles gut. Ja, macht alle Fehler, bitte. Okay. Wie denn noch? Genügend. Aaaah. Boah, mein Gebot nicht zum Fehler genug. Hahaha. Wie er sich einfach... Boah, wo ist, wenn man... Das ist noch nicht mal der Wind eigentlich. Aber ich bin auch voll durch die Botanik gefahren, eben. Ähm. Ach, ich kenn die Schlecker. Hahaha. Die... Die bin ich mal mit Candy Lina gefahren damals. Schon ein bisschen her, mit ihrem komischen Russen-Team. Und die haben alle verkackt, weil sie alle in die mittlere Röhre vorhin reingefahren sind, wo sie noch nicht rein mussten. Ja. Super. Ja, super. Hauptsache, du hast die Kurve genauso scheiße genommen gehabt wie ich. Ja, immerhin, ne? Was ist das? Aber ich glaub, du sammelst wieder schneller Geschwindigkeit als ich. Ja. Oh, eklig. Ich häng auch wirklich dicht an deinem Arsch. Vom Endspeed her ist, äh, die Karren ein ticken schneller. Ja. Aber jetzt hab ich's leicht verkackt. Kann sich ja rausklingen. Aber ich versuch auch ein bisschen die Kurven scheiße anders zu fahren hier, man. Weil du machst in deiner Kurvenlage auch einige Fehler. Boah, was war das denn für ein Checkpoint? Zwei hintereinander direkt, ne? Der eine hat in die andere Richtung gezeigt. Oh! Ja, jetzt bin ich raus. Scheiße. Tschschi. Echt? Was hast du gemacht? Naja, ich hab's verkackt. Ich glaub nicht, dass ich jetzt so an dich rankomme. Ich muss jetzt... Äh, du bist doch hinter mir. Ja, dann hast du aber irgendwo... Ja, scheiße. Ne, ich bin super gefahren. Du hast irgendwo Zeit verloren. Ne, ohne Scheiß. Schau mal eine Aufnahme. Ich musste Foden einmal zurücksetzen, wenden, etc. Und das hat alles nicht so schnell geklappt, wie ich's gern hätte. Ah, okay, ich musste in der Kurve voll in die Eisen gehen, weil ich zu schnell war. Das kann sein, dass du da Zeit für machen. Typisch Heito-Gamer. Oh! Oh! Was? Alter! Was hier? Oh! Da ist ja schon das Ziel. Ja, Gott sei Dank. Weil sonst hätte man fast wieder Überlänge. Alter! Also, ich glaub, von der Länge her müsste diese Folge hier richtig krass werden. Boah, ich hab mich voll erschrocken, ey. Alter! Alter, das hat Spaß gemacht. Na, boah, geil. Ja. Hab ich den Drehbohr. Jetzt hab ich den Drehbohr. Liebe Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst doch mal ein Däumchen nach oben da, wäre richtig genial. Unten rechts könnt ihr auf die Ente klicken, um eine Abonente zu werden. Oben rechts ist der Kanal von NCS-Valien verlinkt. Oben links findet ihr Counter-Strike Global Offensive und unten links Let's Play Wizen. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und sagen Ciao und noch einen wunderschönen Tag. Ciao! Ciao! Ciao!